Diktate aus dem deutschen Schrifttum Heinrich Gruppe Susi Heute haben die Bienen Festtag. Schon der erste Morgenwind trug einen feinen Duft in die Stöcke. Dicht vor ihrer Tür leuchtet es gelb. Im Park blühen die Linden. Frohes Summen klingt in den lichten Kronen. Susi, eine der Bienen, mag keinen Lindenhonig mehr. Sie fliegt über den Park hinaus, weit in den Sonnenschein hinein. Ein Wetter steigt auf. Die Glockenblume neigt ihr blaues Glöckchen, dass sie den ganzen Tag der Sonne zukehrte, zur Erde hinab. Der Wind schaukelt es leise hin und her. Die ersten Tropfen fallen. Langsam rinnen sie außen am Glockenrande hernieder. Susi will heim. Es ist zu spät. Das Unwetter ist da. Schon klatscht ein dicker Tropfen auf ihre zarten Flügel. Sie ist starr vor Frost. Da sieht sie das blaue Glöckchen im Winde schaukeln. Eilig schlüpft sie unter das schirmende Dach und kauert sich zusammen, dass sie ganz darunter verschwindet. Nun ist sie geborgen. So ein Abs mosque und murkchen im Winde das magisch. Nach mois in der Nähe sehen wir uns zusammen. Vielen Dank.